Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalterschaft fortsetzen können. Wir wollen heute mit dem achten Thema die Auswirkungen des zehnten Gebens. Und wir wollen einen Text lesen aus der Heiligen Schrift, aus Malachi Kapitel 3, ab Vers 7. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaut. So sprecht ihr, worin sollen wir uns bekehren? Ist recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuscht? So sprecht ihr, womit täuschen wir dich? Am zehnten und Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr täuscht mich allesamt. Bringet aber die zehnten Gans in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll. Und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaut. So, hier geht es um die Täuschung Gottes. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass Ehrlichkeit entscheidend ist im Dienst für den Herrn. Wir erinnern uns, dass ein Haushalter seinem Haushalter gegenüber die Sachen richtig verwalten soll, dass er sie mit Verantwortung tun soll und dass er ehrlich sein muss mit den Mitteln, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Wir haben letztes Mal gesehen und uns die Frage gestellt, wie viel soll der Verwalter geben von dem, was er nimmt. Alles oder nur ein Teil. Und wir haben gesehen, dass nach dem Gesetz der Verwalter alles geben muss. Die Liebe, die geistige Komponente, die Nahrungsmittel, die Werkzeuge, die Beziehungen, die Kinder, den Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität, das Leben selbst. Alles wird eingesetzt zum Zweck der Erhaltung des Lebens und der Förderung des Lebens auf Erden. Und wir haben gesehen, wie Gott den Abraham, den Hiob geprüft hat und sie haben ihre Prüfung bestanden. Unser Heiland hat die Prüfung bestanden und hat alles gegeben, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat zur Erlösung des Menschen. Der Paulus, die Witwe und viele mehr. Und jetzt wollen wir uns natürlich die Frage stellen, wie ist es denn, wenn wir als Verwalter gefallen sind in Sünde? Wir alle haben eine Fehlsicht über uns. Wir alle haben eine falsche Identität in unserem Herzen. Und unser Vertrauen ist nicht bewusst, dass wir es aufs Geld setzen und auf den Mammern. Und so ist es auch hier, dieser Aufruf zur Buße, zur Bekehrung. Und die Leute sagen, wovon sollen wir uns kehren? Und Gott gibt ihnen hier ein Beispiel und das des Zehnten und der Hebopfer. Aber was ist Zehnten und Hebopfer? Ist es nur eine Teilgabe oder eine vollkommene Gabe? Steht es für alles oder steht es nur für einen Teil? So, wir haben letztes Mal gesehen, dass im Bewusstsein die Hingabe komplett sein muss. Dann kommt der Geist Gottes in unser Herz und er bringt das Leben Christi, welcher durch sein Leben die falsche Identität, den Selbstbetrug gekreuzigt hat und bringt uns die Wahrheit, dass wir erkennen, wir sind ein Geschöpf Gottes. Und damit vertrauen wir auf Gott. Aber unser Vertrauen ist ja am Anfang nur gering, weil das Kreuz immer nur einen Teil von unserer sündigen Natur, die uns hemmt, kaputt macht. Aber wie wir wachsen im Glauben, so wird die sündige Natur immer mehr überwunden. Das Kreuz zerstört das Vertrauen in Lucifer, in den Mammern, in Menschen, Tiere. Und so wachsen wir, bis das Kreuz sein Werk völlig getan hat, nämlich der Selbstbetrug ist abgetötet und das Vertrauen auf Gott ist komplett. Der Mammern und das Vertrauen in Menschen hat ein Ende genommen. Dann ist auch im Herzen die Hingabe komplett. Wir haben gesehen, in der letzten Stunde, ich hoffe, das ist jedem klar geworden. Es gibt keine Teilhingabe. Sie muss komplett sein. Adam und Eva haben nicht durch das, was sie gegessen haben, nur einen Teil ihres Vertrauens auf Gott verloren, sondern das ganze Vertrauen auf Gott. Und Jesus musste in seinem Leben, um dieses wieder zurückzubringen, ein komplettes Vertrauen in seinem Herzen auf seinen Vater bringen, eine komplette Abtötung des Irrtums in unserem Unterbewusstsein, in unserem Herzen. Es musste ein vollkommener Glaube dahin kommen. Nicht einmal durfte Jesus misstrauen. Weil hätte er einmal misstraut, wäre alles hinfällig gewesen. Und wir haben das ja gesehen, im Gesetz gibt es nur alles oder nicht. Bei den geistigen Dingen gibt es entweder oder. Aber die geistige und die innere Haltung zeigt sich natürlich an der Äußeren. Wir haben gesehen, dass alles, was wir tun, kommt aus dem Vertrauen. Und das können wir entweder in uns, in den Menschen oder in den Mammon haben. Das ist alles ein Fehlvertrauen, etwas, was nicht funktioniert. Oder in Gott. Und jetzt ruft uns Gott auf, Teilgaben zu geben. Er sagt hier den Zehnten und das Hebopfer. Das heißt besondere Dankesgaben. Und sicherlich auch die sozialen Gaben, die wir geben sollten an unsere Mitmenschen. Und das natürlich auch der Sabbat, der eine Tag der Ruhe, welcher auch nur ein Teil ist, so wie der Zehnten ein Teil. Und die Gaben sind nur ein Teil unseres Einkommens. Aber was versinnbilden sie, wenn wir sie geben? Sie versinnbilden, immer eine komplette Hingabe. Wenn in unserer Buße und Bekehrung Gott gegenüber, wenn unserem Wandel mit Gott, wir nur einen Teil bewusst geben, dann sind wir ganze Übertreter. Wenn wir hier sagen, naja, mit dem Zehnten, und ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, vor meiner Bekehrung hatte ich natürlich Schwierigkeiten, den Zehnten zu geben. Und dachte, ich werde ihn schon irgendwo hingeben, wo es Nutzen bringt. Aber ich hielt ihn zurück. Es war nur ein Zeichen meines unbewusstfertigen Herzens. Nachdem Gott mich bekehrt hat, dann habe ich den ganzen Zehnten, den ich schuldig war, zu zahlen, gezahlt. Weil mir wurde klar, durch eine äußere Tätigkeit, die tue ich einem Bewusstsein, dessen bin ich mir sicher, dass ich da falsch gehandelt habe. Und so ist die Bekehrung, wenn sie im Herzen stattfindet, auch etwas, was man sieht. Aber könnte man nicht den Zehnten auch zahlen oder die Hebopfer bringen oder den Sabbat, den Ruhetag der Woche halten, ohne ein bußfertiges Herz zu haben? Würde dann Gott nicht genauso kommen und sagen, ihr täuscht mich, auch wenn ihr diese Gaben gebt, aber ihr gebt sie nur aus einer falschen Motivation heraus. Lasst uns sehen, wie diese Dinge im Verhältnis stehen. Ich möchte uns erinnern, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und er hat das getan in sieben Tagen. Und wir wissen und können es nachlesen im ersten Buch Mose, ersten und zweiten Kapitel, was alles Gott geschaffen hat an diesen sieben Tagen. Und Gott hat im Wesentlichen zwei Werke, die er tut. Er hat Schöpfungswerke. Gott hat vom ersten bis zum sechsten Tag geschaffen. Das heißt, er hat gesprochen und was nicht da war, ist da gewesen. Und von diesem Werk ruhte er am siebenten Tag. Den Menschen hat er am letzten Tag geschaffen, hat ihm die Aufgabe gegeben. Und jetzt ruht er von seinem Schöpfungswerk und gibt dem Menschen den siebten Tag als Ruhetag, das heißt als Geburtstag, wenn man so will, als Tag der Erinnerung, dass er ein Geschöpf ist und in seiner Abhängigkeit komplett von Gott abhängig ist. So gibt Gott ihm diesen Tag der Ruhe. Wir können das nachlesen, damit es ein bisschen kompletter ist. Im Kapitel 2, im ersten Buch Mose, Abvers 1, Also war vollendet Himmel und Erde mit dem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. So, Gott ruht an diesem Tage und er ruht von seinem Werk, das er gemacht hat. Das ist Gott. Aber Gott ruht nicht von dem Erhaltungswerk oder von den Erhaltungswerken, die er tun muss. Die können nicht aufhalten. Gott muss auch am siebten Tag alles, was er geschaffen hat, erhalten. Dieses Erhaltungswerk ist ein kontinuierliches, das nicht Rücksicht nimmt, was für ein Tag es ist in der Woche. Weil es kann nicht sein, dass die Flüsse an einem Tag aufhören zu fließen und dann wieder anfangen. Das gibt es nicht. Das Werk des Lebens, der Erhaltung des Lebens ist ein Werk, das nie ruhen kann. Und ich möchte das deutlich machen. Wenn Gott sagt, wenn die Bibel hier sagt und Gott segnet den Sinten und Heiligen, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, dann ist dieses alle seine Werke bezogen auf seine Schöpfungswerke, nicht auf seine Erhaltungswerke. Das bringt uns manchmal durcheinander, wenn wir in der Heiligen Schrift Wörter lesen und nicht den Zusammenhang beachten. Weil dann könnte es sein, dass wir denken, Gott hat von allem, was er tut, geruht. Aber das ist nicht möglich. Wir werden sehen, als Jesus die Erhaltungswerke tut am Sabbat, er sich damit begründet, dass sein Vater am Sabbat diese Werke auch tut. so es geht, es ist entscheidend zu verstehen, welche Werke sollen am Sabbat nicht gemacht werden und welche Werke gemacht werden müssen. Aber wenn man rein nur auf diesen Text nimmt und nicht den Zusammenhang der Schöpfung sieht, dann könnte man sagen, na ja, Gott hat ausgeruht von allen seinen Werken. und so gibt es viele Menschen, die die Heilige Schrift missdeuten, indem sie, ich sage jetzt mal, den Kontext, den Verstand ausschalten und sich rein auf einen Text beziehen, den sie nicht im Zusammenhang sehen. Weil schaut, wenn wir im zweiten Buch Mose lesen, das vierte Gebot, dann steht dort Gedenke des Sabbatags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschücken, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. So schauen wir uns den Menschen an. Die Werke des Menschen, auch er hat zwei unterschiedliche Tätigkeiten zu tun. Er hat Ansammlungswerke. Von diesen ruht er am Sabbat. Aber der Mensch hat auch Erhaltungswerke zu tun, von denen er am Sabbat nicht ruchen kann. Er muss atmen. Er muss sich bewegen. Er muss essen und trinken. Er muss sich kümmern um die Not des Anderen. Er muss das Leben erhalten, auch am Sabbat. Und da geht es nicht um Seins, Sondern um das, wofür er als Verwalter eingesetzt wurde. Lasst uns das deutlich machen, dass es zwei Werke gibt, die auch im Leben des Menschen da sind. Es gibt Ansammlungswerke, das heißt, ich muss die Dinge, die ich brauche, sammeln, um sie dann zu nutzen. und ich gebe hier das Beispiel, das Gott selbst gegeben hat. In der Wüste hatten sie keine Möglichkeit, selbst etwas anzupflanzen, selbst ein Weinberg zu bauen oder irgendetwas mit ihrem Vieh zu tun. Sie waren in der Wüste. Also gibt ihnen Gott das Manna, das fällt jeden Tag frisch vom Himmel. es ist das Brot, das sie sammeln sollten. Aber wie viele Tage fällt es? Es fällt nur sechs Tage. Am siebenten Tage fällt kein Manna. Und Gott sagt, am sechsten Tage, weil jedes Mal, wenn man am ersten Tag zu viel Manna gesammelt hat, ging es kaputt bis zum nächsten Tag. War also nicht haltbar. Aber interessanterweise wenn man am sechsten Tag mehr gesammelt hat, ging es nicht kaputt und man konnte es am nächsten Tag essen. Gott wollte etwas veranschaulichen. Er wollte seinem Volk etwas klar machen. Es gibt ein Werk der Ansammlung. Es gibt ein Werk, wo wir unsere Mittel, die uns Gott gegeben hat, sammeln, wo wir säen und ernten, wo wir gehen und tun, Häuser bauen und was auch immer wir zu tun haben. Dieses Werk ist ein Werk des Sammelns, des Zusammenbringen und von diesem Werk soll der Mensch am siebten Tag ruhen, aber nicht von dem Werk der Erhaltung. Da gibt es keine Ruhe. Wir finden in der Heiligen Schrift, da geht der Mann und sammelt das Mann am Sabbat, da gibt es nicht, oder da sammelt er Holz am Sabbat. Für den Sabbat sollte das Holz schon gesammelt sein. Das heißt, lasst uns diese zwei Dinge unterscheiden. Am Sabbat sammle ich nicht, aber am Sabbat gebe ich dennoch. Am Sabbat gehe ich und helfe und tue das, was zur Erhaltung des Lebens an jedem Werktag inklusive am Sabbat notwendig ist. Deshalb kann ein Arzt nicht aufhalten, sein Werk zu tun am Sabbat, am siebten Tag, am Samstag. Er muss sein Werk der Erhaltung des Lebens auch dann tun, weil es geht ja um das, was nicht aufhaltbar ist. Ein Kind wird auch am Sabbat geboren. Es gibt keinen Unterschied. Das Leben selbst geht weiter, auch am Sabbat. Alle Funktionen müssen erhalten werden und Gott erhält das. Und was unser Teil ist im Erhalten des Lebens muss auch am Sabbat gemacht werden. Aber das Sammeln, das sich vergleicht mit dem Schöpfungswerk Gottes, soll eine Ruhe finden. Davon sollte der Mensch ruhen, damit er sich erinnert, von wem er seine Dinge hat und zu welchem Zweck er sie benutzen soll. so das ist der Sabbat, wie ihn Gott damals eingesetzt hat in Eden. Aber nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, nachdem seine Identität verwandelt wurde, wird der Sabbat zu dem Tag der Befreiung. Weil jetzt, wenn Eden für Adam und Eva klar war, ich bin ein Geschöpf Gottes, ist es jetzt nicht mehr klar. Und jetzt wird der Sabbat zu dem Gebot, was den Menschen zurückbringt, erinnert, dass er ein Geschöpf ist und kein Schöpfer. Deshalb ist der Sabbat so entscheidend zu verstehen. Er ist dass die Erinnerung der Befreiung im fünften Buch Mose, wo Gott die zehn Gebote wiederholt, da geht er darauf ein und sagt, dass die Gebote von oder die Befreiung, man den Sabbat halten soll, als Zeichen der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens. Das bedeutet, der Sabbat bekommt eine zusätzliche Bedeutung. Jeder, der ihn hält, jeder, der in diese Ruhe einzieht, zieht ein in die Ruhe des Aufhörens, des Arbeitens für sich selbst. Das heißt, der Egoismus nimmt ein Ende mit dem Sabbat. Der Sabbat ist ein Zeichen des Abtötens, jedes egoistischen Handelns. Deshalb, wenn man das nicht versteht, wird das Ganze nur eine reine Formsache und hilft niemandem. So, schauen wir uns das Werk des Leviten an, des Priesters. Der Priester ist derjenige, der eingesetzt wurde, um das Werk der Wiederherstellung zu bringen. Er konnte nicht für sich selbst sorgen, weil dieses Werk, das er als Priester tun sollte, es nicht erlaubte, für sich selbst das zu holen, sondern er musste die Erhaltungswerke die ganze Zeit tun und sich selbst vergessen. Deshalb hat Gott eingeführt, dass er zehn Prozent von den Ansammlungswerken seiner Brüder bekommt. Das heißt, die Leviten hatten kein Erbteil, sie hatten keine Erde bekommen, wo sie etwas pflanzen sollten und auch ernten sollten. Sie waren nicht gemacht dafür, weil das Erlösungswerk des Menschen erforderte einen völligen Dienst der Selbstaufopferung seiner selbst. Da gibt es nichts mehr, wo man für sich selbst sucht. Deshalb hatte der Levite auch keinen Sabbat, weil er arbeitete nicht in irgendeiner Weise zum Sammeln. Er hatte keine Ansammlungswerke, ihm wurde das nicht gegeben. Er musste nur die Erhaltungswerke tun, die Rückführung des Menschen aus der sündigen Natur. Deshalb musste er am Sabbat arbeiten, das Opfer bringen, morgens und abends. Sie mussten ihre Tätigkeit tun und das ganz besonders am Sabbat. So das Werk eines Leviten und Priesters war nur eine Tätigkeit, die der Wiederherstellung, des Erhaltens des Lebens. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Deshalb hat Gott den Zehnten eingeführt und hat gesagt, diese Arbeiter arbeiten für mich und wenn ihr alle ihnen den zehnten Teil eures Einkommen gibst, als Beweis, dass ihr wisst, alles gehört mir, dann kann der Levit davon leben und er kann das Werk tun. Das Haus Gottes ist nicht vernachlässigt und man führt nicht, es führt nicht dazu, dass die, der Erfolg ausbleibt und es geht hier nicht, wie viele in diesen Text hineinlesen, in Malachi Kapitel 3, um einen materiellen Segen. Es geht hier um einen geistigen Segen. Sicherlich ist das Materielle mit einbezogen, aber es geht hier darum, dass Gott das Erlösungswerk vorwärts bringen will und wenn diejenigen, für die dieses Werk getan wird, nicht wissen, wie wichtig dieses Werk ist, indem sie es unterstützen, dann ist es natürlich sehr, sehr schade. Dann kann es nicht vorwärts gehen. So, er sagt hier, bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, dass auf das meinem Hause Speise sei und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebat, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen erabschut in die Fülle. Um welchen Segen geht es hier? Und ich will für euch den Fresser schelten, dass euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebat, dass euch um einen physischen Segen? Nun, wenn man oberflächlich liest, könnte man sagen, naja, steht doch hier vom ich werde den Fresser schelten und euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei. Ja, die Versorgung eines Menschen, der ganz für Gott lebt, ist immer gesichert. Das ist richtig so. Er wird nie, indem sie einen Mangel haben, dass er vor Hunger stirbt. Der David sagt im Psalm, ich glaube es ist 37, wo er sagt, ich bin alt, ich bin jung gewesen, ich bin alt geworden und ich habe den gerechten nicht gesehen, um Brot betteln, auch nicht seine Nachkommen. Das bedeutet, wir können also durch eine völlige Hingabe wissen, dass das Physische immer gesichert ist. Aber dafür muss die Hingabe komplett sein. Gott kann mit geteilten Herzen nichts anfangen. Mit Menschen, die in ihrem Bewusstsein etwas zurückhalten, damit kann Gott nichts tun. Deshalb geht es hier um einen geistigen Segen. Die Heiden werden was sehen? Unseren Reichtum? Ist das, was Gott den Heiden demonstrieren wollte? Wohlstand? Nein. Gott wollte ja und hatte das Volk Israel als Vorzeige Volk gegeben, dass sie Gott erkennen sollten und die Israeliten sollten ein Werk der Lösung für die Heiden tun. Aber wie sollen sie das tun, wenn sie selbst Gott betrügen? Wenn sie in ihrem Herzen geteilt sind, in ihrem Bewusstsein wissen, was richtig ist und Gott es vorenthalten. So der Sabbat, der Zehnte, die Hebeopfer, die Gaben, sie sind ein Bild für eine komplette Hingabe, weil jeder sich identifiziert mit einem Werk, was getan werden muss zur Lösung. Und es konnte nicht jeder ein Priester sein. So hat Gott es wunderbar aufgeteilt. Auch heute kann nicht jeder ganz für Gott arbeiten im Sinne als Priester, im Sinne dessen, dass er sich nur um die Erhaltungswerke kümmert. Es gibt auch heute im Volke Gottes Menschen, die komplett hingegeben sind, die aber sowohl ansammeln müssen und auch erhalten müssen. So schauen wir uns das Beispiel Jesu an. Ich denke, das ist immer das Schönste, Jesus zu betrachten. Jesus war sich bewusst, von Anfang an, ich bin ein Geschöpf Gottes. Er sagte, ich kann aus mir selbst nichts tun. Alles nehme ich vom Vater und gebe euch. Alle meine Werke sind die Werke des Vaters, weil er lebte komplett in dem Gesetz des Lebens. Und auch Jesus hat sowohl Ansammlungswerke als auch Erhaltungswerke getan. Bis Jesus 30 Jahre alt war, bis er den Ruf zum Dienst bekam, war Jesus ein Tischler. Und er arbeitete in der Werkstatt seines Vaters und er arbeitete sechs Tage die Woche. Und er hielt den Sabbat, er ruhte von dieser Tätigkeit. Das hat er schon von Anfang an in der jüdischen Religion gemacht. Er ging am Sabbat, seiner Gewohnheit nach, in die Synagoge. Und wir wissen, als er zwölf Jahre alt war und das erste Mal zum Tempel kam, wie er wusste, dass er das Werk seines Vaters gekommen ist zu tun. Aber dieses Werk seines Vaters hatte eine Zeit. Und bis er nicht den Ruf hörte, arbeitete er sowohl als Ansammlungswerke als auch die Erhaltungswerke. Jesus war immer freundlich. Er hat immer diese Werke der Erhaltung und der Erlösung der Hilfe geleistet. Auch am Sabbat, auch bevor er zum Dienst berufen wurde, als Priester, als Erlöser. Aber als er berufen wurde zum Dienst als Erlöser, da hat er die Ansammlungswerke aufgegeben, weil er konnte sie als Priester nicht mehr tun. Jesus war jetzt völlig geweiht einem einzigen Dienst, der Erlösung des Menschen, der Wiederherstellung des Menschen. Deshalb, als er am Sabbat Wiederherstellungstätigkeiten tat, wurde er von den jüdischen Priestern und Pharisäern getadelt, gesagt, er ist ein Sabbatbrecher. Und Jesus muss sie erinnern und sagen, auch ihr holt doch ein Lamm oder irgendein Tier aus der Not heraus, wenn es in den Brunnen gefallen ist, ihr lasst es dort nicht sehen und soll ich nicht hier diese Menschen heilen und befreien aus der Gefangenschaft ihrer Krankheit und Irrtum der Sünde? Das dieses Werk kann nicht aufgehalten werden am Sabbat. Dieses Werk muss am Sabbat genauso getan werden wie an jedem anderen Tag. Und so hat Jesus in seinem Dienst durchgearbeitet sieben Tage die Woche. Und ich sehe das in meiner Tätigkeit. Auch ich arbeite sieben Tage die Woche. Natürlich habe ich auch ein Ansammlungswerk. ich habe meine Praxis, wo ich während der Woche einige Tage arbeite. Aber dann am Wochenende verreise ich, um das zu tun. Da kann ich keine Ansammlungswerke tun. Und so hat Gott das so aufgeteilt in meinem Leben, dass ich sowohl in der Praxis etwas verdiene, dass die Praxis erhalten wird. ich sammle, aber das tue ich während der Woche. Und dann am Wochenende und am Sabbat bin ich unterwegs. Und am Sabbat tue ich ein Werk. Das ist viel ermüdender wie an den anderen Tagen. Es ist aber dennoch kein Brechen des Sabbats. Es ist ein Werk zur Wiederherstellung des Menschen. Wenn er am Sabbat jemand beraten kann, wenn er am Sabbat einen Vortrag halten kann über die Befreiung des Menschen aus seinem Irrtum, dann ist das ein Werk, das an keinem Tag aufgehalten wird. Sicherlich habe ich auch in der Praxis diese Tätigkeit, aber nicht nur in der Praxis habe ich Berg am Sabbat ein Werk das man immer tun muss und auch am Sabbat und ich habe nie Gewissensbisse daran gehabt weil es ein Werk ist das auch Gott tut das auch Jesus getan hat und es ist ein Werk an dem keine Ruhe möglich ist so ich hoffe unser Heiland hat uns das beste Beispiel gegeben er ist als Selbstloser auf diese Erde gewandelt er hat sich selbst vergessen als Judas zu ihm kommt und einen Vorteil sucht indem er sein Jünger wird und Jesus sein Herz ja kennt dass Judas nicht das Werk sozusagen im Sinn hat sondern seinen eigenen materiellen Nutzen sagt er ihm Judas was du bei mir suchst findest du nicht der Menschensohn hat nicht wo sein Haupt hin liegt die Vögel haben Nester die Füchse haben Höhlen aber der Menschensohn hat nichts wonach du suchst Judas hat nicht verstanden dass der Dienst ein Selbstloser sein muss haben wir es verstanden haben wir verstanden was ist entscheidend an den Werken die wir tun ob sie ansammlungswert oder Haltungswerke sind und ob es die Ruhe ist des Sabbats wir sind geboren mit einer sündigen Natur diese sündige Natur hat nichts dagegen dass wir diese Werke tun die sündige Natur hat nichts dagegen dass wir religiös sind dass wir uns dass wir streng nach Regeln einher gehen sie zwingt den Menschen sogar dazu weil sie betrügt uns mit dem Guten aber alles was der Mensch tut um seine Seligkeit sozusagen zu erlangen er tut etwas um etwas zu bekommen das ist die sündige Natur das tut er umsonst deshalb sind die meisten religiösen Menschen getäuschte Menschen bis sie sich nicht bekehren bis sie nicht ans Kreuz kommen und erkennen in meinem Herzen habe ich eine Motivation von der ich mich bekehren muss und sie ist die die entscheidend ist ob die Werke die ich dann tue auch angenommen werden oder die Werke Gottes sind ich muss verstehen ich bin ein Mensch ich bin ein Geschöpf Gottes ich muss aus Gott nehmen ich muss mir bewusst werden den Sinn des Sabbats dass der Sabbat ein komplettes Bild ist der Wiederherstellung des Menschen zu einem Geschöpf Gottes das er ja verloren hat als Adam und Eva gesündigt hat derjenige der im Stolz und Egoismus lebt arbeitet für sich ganz egal was er tut ob er Sabbat hält oder nicht ob er sammelt oder zerstreut es zählt nichts wenn das Herz nicht verändert ist deshalb werden viele Gläubige kommen am Tage Jesu und werden sagen Herr Herr haben wir nicht dies und das getan in deinem Namen und Jesus wird sagen es tut mir leid ich kenne euch nicht ihr habt nicht die Werke meines Vaters getan ihr habt nicht verstanden oder euch verschlossen dem Werk der Zerstörung des Egoismus des Suchens nach sich selbst ihr seid weiter gegangen und deshalb in eine Not gekommen nur ein selbstloser Dienst zählt Ich möchte ich möchte das deutlich machen wenn jemand nicht Sabbat hält und den Zehnten nicht zählt ist klar darüber sprechen wir nicht ich spreche über die die Sabbat halten und den Zehnten zahlen ganz egal ob sie den Sabbat als Sonntag sehen oder wie auch immer sie es tun es zählt nur dann wenn in meinem Herzen Gott alles geworden ist das heißt wo ich verstanden haben wer ich bin es zählt nur dann wenn ich etwas tue nicht um meine Lösung willen sondern verstanden habe als Haushalter ich bin da für die anderen nur dann zählt der Dienst und hier ist der Betrug wenn wir das nicht wissen dann können wir verführt werden dann können wir äußerlich den sehnten zahlen und wollen Gottes Segen empfangen dann können wir äußerlich bekehrt sein und Gott wird uns dennoch zu Rechenschaft sagen ihr seid von eurer Väterzeit an immer abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten so bekehrt euch nun zu mir so will ich mich zu euch kehren spricht der Herz erbaut und sie sagen wir sind doch bekehrt was willst du denn und hier nimmt Gott nur einen kleinen Teil heraus aber wir werden wir durch die Geschichte des Israels gehen dann werdet ihr sehen dass das mit den Finanzen und das mit dem Sabbat immer eine sehr prägnante Rolle gespielt hat auch der Hebräer sagt es so deutlich der Apostel Paulus im Hebräer Brief wo er sagt dass noch eine Sabbat Ruhe vorhanden ist welches ist diese Sabbat Ruhe und warum sind sie nicht eingegangen in diese Sabbat Ruhe ihr könnt es ja lesen weil sie nicht geglaubt haben weil ihr Vertrauen auf sich selbst lag wegen der Zeit lese ich es nicht mehr wir können es lesen ersten vier Kapiteln im Hebräer Brief was es bedeutet in die Sabbat Ruhe hinein zu kommen es ist eine Bekehrung des Herzens der Sabbat war ein Siegel der Schöpfung und er wurde weil ja gerade das angegriffen wurde durch den Sündenfall bin ich ein Geschöpfer oder bin ich ein Schöpfer und da der Mensch durch den Sündenfall denkt er ist jetzt Schöpfer muss ihn durch das Bild des Sabbats der Mensch wieder hergestellt werden zu einem Geschöpf deshalb ist der Sabbat auch ein Siegel der Lösung er ist das Gebot das sagt erinnere dich dass du ein Geschöpf bist und das Gebot sagt zwar zu ruhen von allen Werken und da müssen wir wieder im Kontext lesen es geht um die Ansammlungswerke nicht um die lebenser erhaltenen Werke und so haben die Juden das missgedeutet im Irrtum ihres Herzens und haben alle Werke zusammengenommen und sie nicht getrennt und so haben sie den Sabbat nicht gehalten auch wenn sie ihn äußerlich wohl gehalten haben war es dennoch ein Fehlbruch weil es kam nicht aus einem Verständnis aus einem selbstlosen Dienst heraus ich hoffe wir haben das verstanden dass nur die Motivation letztendlich zählt weil sie ist der Beweis in wen wir vertrauen wir kehren nicht ein zu Gott es sei denn wir vertrauen ihm komplett und bis dahin haben wir im Glauben und feiern den Sabbat im Sinne der Erlösung dass wir eines Tages wieder komplett hergestellt sind in das Ebenbild Gottes und wissen so wie Jesus zu jedem Augenblick wer wir sind ein Geschöpf Gottes das dient als ein selbstloser Haushalter Amen Amen